Halli Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Ziemlich unvorhergesehen der Start, da wir jetzt eine Sonnenfinsternis haben. Hey, Laser? Laser? Ja, wir haben hier mit Laserdruck geschlossen. Also ich weiß nicht. Da wollten wir gerade einfach ein paar Vorbereitungen machen. Und dann kommt auf einmal eine Sonnenfinsternis, die recht fett ist. Leicht. Und da die Sau selten ist, dachte ich mal, nehme ich einfach gleich. Und ich brauche sie. Wenn es gut läuft, kann ich mir meine Terraria-Klinge basteln. Ja, dafür brauchen wir gleich zwei, ne? Drei. Drei? Drei. Ich brauche eins für das wahre Night Edge, eins für das wahre Excalibur und eins nochmal, um beide miteinander zu verbinden. Ich bin tot. Das Schlimme ist, für so ne Dinger ist unsere Krankenschlüssel jetzt scheiße platziert. Hier sieht man jetzt auch, dass wir, ähm, dass unser Pilzbium sich schon ausgebreitet hat. Das ist gerade richtig krass... Ah, fck. Ben tot. die machen richtig der menschen ja ach ja und ich habe jetzt keinen ja ich habe jetzt eine andere frisur und kein hut mehr auf und ich besitze jetzt nicht mehr den flammenwerfen habe ich jetzt mal weggepackt weil ich keine munition wirklich dafür hatte dafür haben wir den neuen maxi haben wir noch nicht aber ich habe jetzt den gattling gandhi ist fast so gut wie der maxi also macht genauso viel schaden ist genauso schnell und alles das einzige problem bei dem ist er verzieht übelst also ist sau ungenau und so das ist gold wert ja unseren informationen nach sollte die eigentlich jetzt noch planterra kommen ja deshalb war haben wir damit jetzt überhaupt nicht gerechnet und was haben wir noch so gemacht haben wir haben jetzt die chlorophyll in farm da weiter nach unten gebaut weil es wohl auf der höhe wo wir es gebaut haben nicht funktioniert kommt schon ein händschwert wird ja ein verbrochenes händschwert wird ja wohl drin sein also ich habe mittlerweile zwei banner ich habe irgendwie noch nichts cooles ja ich doch auch nicht ich habe nur banner ja ich habe noch gar nichts von dem gekommen ohne heilen hätte man jetzt verkackt ich möchte das ganze ich möchte das gleiche können wie der vampir einfach eine fredermausse wandeln die haben ja auch alle eine sau seltene chance nur das dass sie das trocken ja sowieso nur die Sumpfmonster und die Zombies da kann z.B. die Senzenmänner aber andere Sachen z.B. die können glaube ich so eine fette Sense machen Peter da und Schwester die darf auf alle Fälle nicht sterben oh ja ich bin tot oh Gott die Musik ist auch sehr interessant nenn ich's mal ja Musik ist bei mir jetzt nicht so laut ne ganz so laut also mein Herz glaube ich das ist das ist das ist Oh Wir müssen auf alle Fälle, dass es wenigstens ein Event gibt, was wenigstens noch ein bisschen herausfordernd ist Ja, in der Tat Oh, Mist Wir müssen auf alle Fälle, wenn die Sonnenfenster anders vorbei ist, ordentlich ein paar Grabsteine wieder abbauen Also ich bin bisher nur ein, zweimal gestorben Okay, wir müssen meine Grabsteine abbauen Ja, ich hatte ja da auf der Matchebene, hatte ich ja schon einmal ewig viele Grabsteine abgebaut Weil Lukas da wohl oft krepiert ist Ja, das glaube ich nicht Ey, jetzt auf Monster, ne? Alter, ich hatte diese scheiß Zombies die Laser schießen können Und denen hatte ich bisher Gott sei Dank noch nicht so viele Ja, die greifen auch im Nahkampf, greifen die noch an Aber hier muss noch irgendwas geiles rauskommen, weil sonst ist das da jetzt ziemlich unnütz Zum Beispiel ein zerbrochenes Heldenschwert Oder irgendwas anderes Gutes Das zerbrochener Heldenschwert wäre ja natürlich für dich geil, dann kriegst du dann eine richtig geile Waffe auch schon Auch das Ex-Kalibur ist ja dann geil Ich weiß, das gar nicht besser ist So braucht man Night-Age, äh, das wahre Night-Age oder das wahre Ex-Kalibur Hast du denn schon das Night-Age, das normale? Ja klar, das ist ja, ähm Ja, das ist das, was aus vier Klingen besteht Achso Zwei Warner habe ich jetzt auch schon Ja, das ist irgendwie nervig, ne? Zwei Warner habe ich jetzt auch schon das ist hier wirklich krass Noo, nicht schon. Oh Gott. Ich schätze, das dauert dann den ganzen Tag über. Der ist bald durch. Der ist bald. Das ist bald. Ist dann bald auch vorbei mit der Sandfrau. Noo, ich habe mich nicht geheilt. Ja, endlich. Eins. Eins hast du also schon. Ja, ein Broken Heroes Sword. Ja, das ist bald. Ja, das ist bald. Ja, das ist bald. Aber, läuft ja ganz gut. Oh, shit. oh wow krankenschwester nein ich hab sie auch schon angesprochen ja das ist immer richtig im Nennt du hast noch kein Broken Viewer Sword, ne? nein maaan ich hab eigentlich noch nichts besonderes nur Banner halt, ne? da sieht man jetzt auch wie sehr die Waffe verzieht wieso triffst du mich oder was? ja die Kugel, die geht aber auch durch mehrere Glieder durch, sehe ich gerade das heißt, ja, weil die mir auch ganz geil fühlen das ist ja schröber ich hab es vorbei da ist noch ein Frankenstein ich hab jetzt noch mal ein Pier wo ist denn unser Guide? ich weiß es nicht ist er denn schon wieder gekommen? du hast doch Fleischmann vorhin gemacht scheint nicht so Mist ich weiß gar nicht, muss ich dafür am Dämonitor sein? ne ok äh äh u 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 ein u 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 so ein hologram wollen wir denn jetzt gleich destroyer einmal machen ja gleich können wir machen ich möchte noch ein paar sachen verkaufen ich lege mein geld mal weg herr ja das kann man gut machen wir haben wieder eine neue platinmünze hey die waren gerade ein paar autogeräusche dies tut mir sehr leid dies werde ich so gleich unterbinden warte wie spät ist es denn schaffen es noch mal überhaupt ok nachts ist ja gerade erst angefangen stimmt so nun müsste es besser sein ja kann sein allen auf geht's ich gehe runter so ich balle einfach mal raus ich hoffe ich treffe du siehst doch wie weit die kugeln auseinander gehen ich schieße immer nur gerade ich bin tot los 45.000 leben 45.000.000 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 Fuck, dann halt mein Gott. 30.000 Gut. 25.000 Welche Seelen droppt da eigentlich noch mal? Seelen der Macht. Achso. Gut. Dann hab ich bald endlich wieder ein, ähm... Maxi High. Maxi High. Bin tot. Ja, der hat ja bald nur auch 10.000 Blüm. Das ist gut. Ich geh noch mal ein bisschen runter. Ja, okay. Ich komm wieder ein bisschen hoch. Oh, der ist weg. Ach, der ist weg. Das verkaufe ich aber auch mal diesmal. Wir haben ja noch eine oben. Ah, die bringt gar nichts, dann bring ich sie nach oben. Ähm, Seelen der Macht, ähm, soll ich die verkaufen die, die ich nicht brauche? Ach, ich behalte die mal diesmal lieber. Wenn wir noch einen brauchen, oder was? Ja genau, brauchen wir noch Hello Bar? Meines Erachtens nein. Gut. Jetzt haben wir auch keins mehr. Ich geb dir schon mal ein paar Plattformen, falls wir den nachher irgendwann weiterbauen. Diesen... Plantera, ja? Plantera. Plantera. So, gut. Eine sehr actionreich Folge. Auf alle Fälle. Leer Ist das überhaupt wichtig, dass dieser. die 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 diese sehen können? Ne. So schön. So schön. Ja. Habe ich dir ein paar Seelen der Macht zugeworfen? Der Macht? Ich habe jedenfalls keine im Inventar. Ich habe mir aber auch keine hingeworfen oder verkauft oder so. Verkauft habe ich definitiv keine. Aber? Mir fehlen welche. Ich habe definitiv mehr gehabt. Vielleicht guckst du mal in die Kiste. Das wäre jetzt ein super Deutsch. Aber in die Kiste hätte ich ja alle reingepackt. Ich habe ja noch 18 bei mir. Was? So. Dann hast du vielleicht nicht so viele gehabt. Ich hatte irgendwas bei 35 bekommen. Hast du ja noch nichts mit denen gemacht? Äh. Mist. Ich habe den Max ja schon gemacht. Tut mir leid. Das war ziemlich fehl gerade. Ziemlich. Aber so richtig. Alter. 113 schauen. Nicht schlecht. Ziemlich geil. Ich kann es ja auch immer nachschmieden. Ich werde meinen Max ja auch noch ein bisschen nachschmieden. Das ist gerade scheiße, was da drauf ist. Mal gucken, was er haben will. Um das nachzuschmieden. Weil das hat schon Tempo Plus. Also. Allgemeines Tempo. So, jetzt habe ich was recht Gutes. Ja. 18 Gold. Natürlich. Aber wenn du da noch Schaden Plus drauf bekommst, Alter. Dann geht die richtig ab. Hast du völlig ein paar Seelen der Nacht bei dir? Das war jetzt das Beste, was ich erstmal kriegen konnte. Unangenehm. Seelen der Nacht habe ich drei. Oh, gib mal her dann. Plus 5% Charme, plus 15% Rückstoß. Hm. Das Teil hat schon standardmäßig extrem starken Rückstoß. Äh, dann brauche ich nur eine Seele der Nacht. Eine, äh... Eine, äh... 5 Seelen des Lichtes. Und 16 Seelen des Schreckens. Hast du zufällig noch Eisen bei dir? Wie meinst du hier beispielsweise die 37 Eisenbahnen? Ja, äh... Na dann... Ja, okay. Kannst du mir einfach... Werfen wir denn zu. Äh, wir brauchen unbedingt Seelen des Lichtes und Seelen der Nacht noch. Ja. Nett. Oh, das Pit-Bium ist wieder ein bisschen gewachsen. Es sind die ersten Bäume gewachsen. Oh. Warum hast du die jetzt abgebaut? Äh, weil die Pilze bringen. Achso. Kann man aus denen jetzt eigentlich noch was machen, außer deine Barren da? Äh, nein, ich glaube nicht, dass man da ausmacht. Außer Pilzbahnen, ne. Ich glaube nur Pilzbahnen. Mal gucken, wir haben ja jetzt die... Son-Finstern ist einmal besiegt. Vielleicht hat er was Neues. Nö. Immer noch null Katana. Er hat ne Amo... Er hat ne Amo-Box. Also ne... Äh... Äh... Wie teuer ist die eigentlich noch? 25 Gold. Eigentlich haben wir nice für... Ähm, wenn wir Bossgegner besiegen. Na ja, kannst du ja eine holen, ich meine. Wir haben's ja. Ähm. Ich komme auf. Oh! Ja. Oh! iviau. είu! Mazen! Das war nicht. Oh! Na ja, ist meine Mutter. Es gibt noch immer was sieversch voischen. Mormitz persona,IL yearn. ich brauche unsere ganzen Plattformen weiter das war schon im Dschungel ja und ich hab noch ich mach grad noch was anderes schnell davor ähm ich werde dann davor auch nochmal dort ins Biom ins obwohl irgendwie hab ich ja die Sahnen bekommen oh fehlte Teleport ja das Chlorophyll ist nicht gewachsen ha 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 248 kritischer Trieb so ich komm aber jetzt auch mal ich bin irgendwie nur am schlötzeln ich komm nicht zum Bauen äh Ammo Box hattest du jetzt noch nicht gekauft ne? nein dann werde ich jetzt nochmal schnell zurück gehen boah ich hab auch Gold in der Kiste haben wir so ein bisschen ja hab ich schon gesehen da Ammo Box alter was das geil ist es gibt ähm der Mini High hat ja schon ne 50% äh der Maxi hat ne 50% die Chance dass er keine Munition verbraucht ja ne meine Rüstung ne meine Rüstung jetzt sind nicht meine jetzige aber später meine Rüstung kriegt nochmal ein paar Prozent ich glaub 25 oder so ein paar und dann nochmal die Ammo Boxen hab ich ne 95% die Chance dass ich keine Munition verbrauche also im Schnitt verbrauchst du gar keine Munition genau alter das wär daher geil hundertprozentige ähm dass man gar nichts mehr verbraucht alles ja richtig geil ich geh ein bisschen da konnten ja ja ich mach das hier in der Zeit ich hab ja ein bisschen Holz noch geholt 500 ich töte hier auch alles nahezu mit einem Schlag ja soviel Scham reichen nicht und er ist sonst noch etwas inbar ja mit meiner Fernkampfwaffe ja ein Schuss tötet sofort und dann die Geschwindigkeit naja also bei mir tötet ja auch ein Schuss sofort da ich grad noch ein bisschen Erz gefunden wir haben hier aber auch irgendwie ne Monster Farm ja ja ich hab noch ein Kompass noch ein Kompass ja ja noch ein ich hab jetzt schon zwei Kompassen Kompasse ja denn Kompasse das hört sich trotzdem noch scheiße an ist auch so ich hab hier ein Lagerfeuer gefunden ach hier ist ne Bienenwabe eine die wir schon gemacht hatten oder na klar sonst wär da ja kein Lagerfeuer ich hab noch ein Kompass aber es ist ein Nippe aber es ist ein Nippe Das war's für heute. mal gucken, ob ich wieder zurück finde passt mich ja als Anhaltspunkt ja, das hat mir beim letzten Mal auch nicht verholfen als habe ich mir ein bisschen besser gemerkt, wo ich herkomme ah ja, das Pilzgebiet jetzt erstmal gefunden ja, ich hatte es gefunden du weißt, dass ich dich da auch hinführen kann, wenn du willst ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge also dann erstmal, tschüß tschüß